Herzlich willkommen zum nächsten Mal. Wir jagen jetzt einen Hirsch. Jetzt hat die Frage, wer treffe ich? Ja. Ah, das wird nichts. Das war aber ein guter Treffer. Warte mal. Wovor steckt er sich? Also zwei hat er schon. Was ist der Ende? Ein bisschen dunkler hier. Ja, das ist ja richtig schnell. Hat schon zwei so fette Pfeile in der Brust. Aber... Ach, komm. Er muss hier lang sein. Da hat er plötzlich auf zu bluten. Ja toll, wohin? Achso, da oben. Hält er sich die Wunde zu oder was? Dass er dann eine Zeit lang nicht blutet. Komplett ist scheiße. Komplett ist scheiße. Hey, laufe ich im Kreis? Schon, oder? Ich... Alter, war ich doch schon. Okay. Entweder wir... Wir verlassen gerade die Nerven, oder? Ich weiß gerade noch, was denn beim Wasser drin war. Das sah doch gerade so aus, als ob ich hier gewesen wäre. Ja, das frage ich mich auch ganz so. Lass doch stehen, Alter. Was ist das? Was ist das? Oh, great. Everything's cool. This place is not creepy at all. Okay, wo ist denn der jetzt? Oh, da, da ist es. Also, wenn der jetzt aufsteht und wieder wegläuft, dann... weiß ich nicht, erschützt sich hin. Easy, girl. Just me. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for buddy boy over there. What do you want? Name's David. This here's my friend James. From a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. So am I. Women and children. All very hungry, too. Well, uh... Maybe we could, uh... Trade you for some of that meat there. What do you need? Weapons, ammo, clothes... Medicine. You have any antibiotics? We do. Back at the camp. Welcome to follow us, Batten. I'm not following you anywhere. Kluges Mädchen. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up? You put one right between my eyes. That's right. Der Abstand ist aber auch riesig. Da könnte ich ein LKW dazwischen parken. Two bottles of the penicillin and a syringe. Make it fast. Go on. Net Fragen stellen. Captain Hook. I'll take that rifle. Of course. Back up. Back up. It's probably going to be a while. You, uh... Mind if we take some shelter from the cold? Come on. Bring him with us. Ich wusste halt, dass er ein Wichser ist. What's your name? Why? Is he here? Look, I understand. It's not easy to trust a couple of strangers. Whoever's heard, they clearly care about them. Sure, it's going to be just fine. We'll see. Hmm. Aïe, aïe, aïe. You had another gun? Sorry. Hey, I really like my rifle back now. No, you have your pistol. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. No matter what, you have to keep them out. Let's hope they don't find them. Cover the windows. Okay. Hey, Sean, come, 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 come. Hey, Alter, du kannst es auch mal schießen, oder? Da sind jetzt einiger hier. Fuck, sag ich, was ich. Machst du sehr gut. Ah. Hörst du schon. Aber einiges hat sich nicht sterben lassen. Oh, come on. Oh, come on. Oh, wow. Oh, wow. Ah. 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 Ah, ah. 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 es ist mann alter ich brauch eher soll wir da eigentlich dann weiter gehen oder was ich hab mir das Gefühl dass es um einiges schwerer geworden ist vielleicht kommt es mir nur so vor aber das ist ja ja sie sind ab Okay, I love him and I'm right. Yep. Was machst du? Lauf doch! Wie sie einfach belaufen können wird, ey. Sehr gut. Siehst du, jetzt waren wir so langsam. Sie geht gerade rein, wie komisch. Das tut es auf dem Weg. Hey, Kind, du all right? Ich bin okay. More Clickers. Get out of there! Richtig. Ich gehe hier gerade noch aus. Hm. Okay. Ich kann eigentlich von hier aus erschießen, ne? Oh Mann, genau in der letzten Sekunde habe ich ihn gezogen. Ich dachte schon, woher kommt denn das Arschloch jetzt her? Ja. Das war so nah. Wir müssen da hochkommen. Also ich habe irgendwas gedrückt, Alter, und jetzt gehen wir mal. Da. Das kann funktionieren. Also, sie läuft halt nicht. Ja, und was machen wir? Ja. 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 Okay, bereit? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ich bin schnell. Ja. 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 das war doch vorher viel schneller alter richtig hässlich alter stehen bleibt aber da er den bauch jetzt ja scheiße ja ja Was ist hier? Oh fuck, hat wieder was schon schreit ne? Ah, Gott. Ich habe mich für diese Jäuern geschaut. Es ist egal. Wir holen die Geräte. Wir suchen einen Exit. Bleib deine Augen offen für alles, was wir nutzen können. Sie sehen, was wir? Es ist ein Todesend. Wie auf der Erde haben sie das Gebäude benutzt? Also, was wir machen? Wir halten unseren Boden. Ist es eine andere Wahl? Wir sterben. Okay. Das ist eine gute Arbeit. Er ist bereit. 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 Er wird locked... ... ... ... Das ist natürlich ein Scheiße, der kann wohl nicht mehr rein. ok wird das jetzt eine kussszene wie sie sich gegner die in die augen schaut haben na du hast doch auch das hier na komm her stehst du auf pilz super prüfst du was du willst und ich schau hier ob es eine munition gibt falls du irgendeine scheiße suchst ich es dir zwischen die augen rammen kann aber eigentlich sollte es gewesen sein nennen 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 nicht 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 All right, let's head on back. Check on that buck of ours. Well, you handled yourself pretty nice back there. I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Huh. Now, you see, I believe that everything happens for a reason. You sure? I do. And I can prove it to you. Now, this winter, that's been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out in a nearby town to look for food. Only a few came back. He said that the others had been slaughtered by a crazy man. I get this, he's a crazy man traveling with a little girl. Big son. You see? Everything happens for a reason. Huh. Well, get upset. It's not your fault. I'm just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not going to let her go. Lower the gun. Now give her the medicine. The others won't be happy about this. No, well, that's not your concern. Okay, I'm just going to let her go. I'm going to the fuck out of the way. You won't survive long out there. I can't protect you. Oh, thanks. Let's get out of here. Come. Ich weiß noch, wie man es erst mal gespielt hat, dachte man, dass Joey tot ist. Ja. Das war ein cooler Moment, als man erraten, dass es nett ist. Joelle. Oh. I only managed to get a little bit of food. But I did get this. Move your arm. Yeah. Yeah, did that, but... Also, this is a man show, okay? Ah, my God. Oh, my God. Ah, my God. Oh, my God. Okay, ich dachte schon, also, schau dir die Hand an, der wird nimmer. Genau, einfach 30% von der Medizin verschwenden. Über die Jacke drüber. Fast wie Titanic. Hm. Fuck. Er hat mich verletzt. Ich werde sie weg von hier. Ich werde sie zurück. Ich werde sie zurück. Easy. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Hüft' dich, Alter. Ich hab nur einen Kehlkopfbein. Wir sehen einfach alles, das Feuer öffnen. Hopp! Geh weg. Ja, eben vor der Roll. Das Feuer in den Roll, Mann. Oh, was ist du denn? Ach, ich geh nur... Hier lässt er sich ja auch noch lenken, Mann. Oh, shit. Nein. Roberto! Ich bin da! 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 Nein! Oh, shit. Schatz auf Frey und David, Alter. Oh, da ist noch ein zweiter Mann. Oh, das muss sie sein. Ja, komm, lass uns schau mal. Komm, nehmann. Hinten hat er geschlossen, oder? Ah, da ist er. Ui! Wo war der zweite? Ah, da hinten. Sehr gut. Da ist noch einer. Ich mag es nicht, wenn mich jemand festhält. Also dann bin ich gegen Umarmungen am Arbeitsplatz. Nein, Schuss, Alter. Ich habe Pistolen und Munition. Okay. Okay. Bis bald wieder. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.